Du hast jetzt in dem Video von Kelvin Hollywood auf seinem Blog 10 Sekunden Zeit, was zu machen, egal was. Los! Soll ich mich schon tun? Nix. Keine Ahnung. Noch 5 Sekunden? Ich finde zunächst einmal die ganze Veranstaltung super. Wie es bisher läuft. Allerdings fehlt hier die Klimaanlage. Ich grüße meine Familie und ja, ich habe 10 Sekunden so rum. Ja, ich bin Thomas, Fotograf und darf ihr auch Werbung machen? Ja natürlich! Erstmal guten Tag! Ja, bis jetzt. Ganz gut. Nehmt alles auf, wie wird's oben. Äh, äh, äh. Ja, ich bin Basti aus Speyer. Noch 10? Ich bin 17 Jahre alt und, äh, find's total cool hier. Macht Spaß. Ja, besuch mal meine Website www.ovl-fotostudio.de Wenn ich los sage, dann kannst du dir anfangen, was zu wünschen, was du später dann auch kriegen wirst vom Hollywood. Und wenn ich Stopp sage, ist die Wunschzeit vorbei, okay? Was? Vorbei! Und wenn mir nix einfällt? Ist egal. Ich, hast du verstanden? Okay. Ja, los, stopp, schade. Jetzt! Ja, ist auch nicht schlecht. Größter Fan aus Rheinland-Pfalz von Kelvin Hollywood lebt in Darmstadt. Bin ich. Endlich. Noch? Noch. Ja, der kommt noch, der kommt noch. 10 hast du noch? Alles klar, ich bin der Nico aus Speyer auch. Und ja, find's auch cool. Hat er gerade noch reingepasst in die 10 Sekunden. Heißt sonst noch jemand, kommt sonst noch jemand aus Speyer und find's cool? Nee, nee, ich bin aus Speyer und es ist cool hier. Hast du das Gefühl, dass die Photoshop-Techniken von Kelvin dir in deinem Photoshop weiterhelfen? Ich mach ja keinen Photoshop. Ich bin ja ein Brötchen. Also ich hab neulich einen Grafikstift mal genommen, der war kaputt. Durch die Mayonnaise. Alles verstopft. Weil mein Mund klebt, guck mal. Also ich hab neulich einen Grafikstift mal gesehen. 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 Ich hab neulich einen Grafikstift mal gesehen.